Als wir 2016 das erste Mal hier an der Olma stattgefunden haben, damals drüben in der Halle 2.0, 3.0, haben wir damals nach der ersten Durchführung gesagt, wir wollen unbedingt die erste Veranstaltung sein in der neuen Halle. Und jetzt, 2024, ist es wirklich soweit. Wir sind jetzt nach der Eröffnung die erste Veranstaltung hier und dürfen als erste die Halle zum Leben erwecken.